Und dass ich ab sofort keinen Kontakt zu meinen Mitarbeitern, das ist diese Kontaktsperre, zu meinen bisherigen Mitarbeitern unterlassen möge. Dass alles weitere so bliebe wie bisher. Ich allerdings keine Aufgabe hätte, dass er abgewendet hat, dass ich jeden Tag eine Aufgabe bekäme, die er dann abends vor meinen Augen im Papierkorb verschwinden lassen würde oder verschwinden lassen wollte oder zerreißen wollte und im Papierkorb werfen wollte. Wenn ich irgendwelche Bedingungen, wenn ich irgendwelche Fragen hätte, könnte ich ins Personalbüro kommen. Ich würde dort auch jederzeit eine Tasse Kaffee bekommen, wenn ich möchte und so weiter und so weiter. Telefonieren könnte ich und solche Dinge mehr. Das war alles. Das war im Grunde genommen nichts Besonderes, sondern lediglich so ein paar Rahmenpunkte. Da hat bestimmt noch das eine oder andere gesagt, Fragen von mir. Ich habe aber vermutlich nicht allzu viel gefragt zu dem Zeitpunkt. VIRDLE 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und fragte ihn, was ist denn, also was wäre denn, wenn ich mit der Schule fertig bin und keine Lehrstelle kriege, weil es wie gesagt zu wenig Plätze gibt und zu viele Bewerber, ich keinen Studienplatz kriege, den ich will und was weiß ich, freiwilliges soziales Jahr, irgendwie so, also es ist ja auch total heiß begehrt und es gibt ja auch nur wenig Plätze. Was ist denn, wenn ich das alles nicht habe, was bin ich denn dann, also in dieser Gesellschaft? Und da meinte er nichts. Und das finde ich so krass, also dass man nichts ist, dass man keinen Status hat. Also man ist auch nicht Arbeitsloser, weil man ja mindestens ein Jahr gearbeitet haben muss, um als arbeitslos zu gelten, sondern man ist dann einfach nichts. Wenn die Kollegen und Mitarbeiter sich nicht für meine Situation interessierten, dann habe ich es von mir aus nicht getan. Und ich wusste ja nicht, warum sie darüber nicht reden wollten. War es zu öffentlich? War es peinlich? War es zu verpflichtend? Ich weiß es nicht. Hatten sie Angst? Ich weiß es alles nicht. Was auf jeden Fall dahinter stand, das ist sicher etwas, etwas nicht Unwichtiges, nämlich die Störung des Betriebsfriedens.